hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu minecraft chaos wir haben den black messias dabei den ich ganz gerne wieder als unser gast opfer sehen würde und wir haben einen schönen sonntagmorgen und werden jetzt minecraft chaos aufnehmen juhu was gibt es schönerweise halt die klappe und freu dich das war ernst gemeint will ich dir auch geraten haben junge mann ärger du hast gesagt du willst nicht mehr spielen nachdem du so oft gestorben bist das stimmt gar nicht du bist so eine pussy und sagst nach vier folgen aufnehmen nee ich kann nicht mehr ich will nicht mehr deswegen er weiß es hätte mich ja wundern müssen dass du auf einmal noch weiter aufnehmen wolltest bei der einen folge als ich noch heli gelandet bin weil das so dermaßen untypisch für dich einfach ist muss schon wieder lava gefunden aber nicht traumatisch wir haben erstmal was wir was wir wollten jetzt geht es richtig ab jetzt geht es richtig ab ich muss die oma starten so jetzt gibt es richtig ab so was haben wir hier Da haben wir jetzt das, und da haben wir dies, und da haben wir das, und da rüber. Sau gut, auf jeden Fall. So, so. Sozele. Dann... Ach, da haben wir es ja. Denn jetzt wird's gleich spannend. Warum? Nur so. Kommst du zu, meine? Klar. So. Oh, ich Schätzchen, tu mal da hin. Das muss noch... Oh, ja. Guck dir mal mein letztes Achievement an. Was ein Schman. Ja, lies mal, was... Das klappt irgendwie bei mir nicht so gescheit. Wenn du Tee, und dann musst du einfach nur drauf, ähm, mit dem Cursor drüber gehen. Oh, ich weiß. Ach so, da. Smelz'n Iron, oh Gott. Also hätte ich das noch nie getan, wa? Tja, keine Ahnung, dass du nie Eisen hast. Ach, das kann man schmelzen? Waaas? Waaas? Meine Waffe war immer aus Aluminium. Hääbääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Prüfung so gut ich hab gebrannt ein bisschen mit dem aber nur ein bisschen gar nicht viel aber ich bin mir andauernd ja ich hab ein bisschen gebrannt aber nicht viel nur so ein bisschen U das sind auch hierzu zack Ende aus Nikolaus ach ich hätte mir noch ein ach egal brauche ich nicht Tüdel Tüdel Tü was machst du was baust du denn erzähl doch mal hier die Leute können es ja bei dir nicht sehen deswegen kannst du ja ein Bild mit deinen Worten malen Entschuldigung ähm ich baue das war jetzt gerade der schlechteste Drapatoni überhaupt ich habe fertig ich baue fertig ich meine ich kann das jetzt schlecht sagen soll ich das Headset soll ich das Headset soll ich das Headset kurz niederlegen und du kannst es dann erzählen nö 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 naja beim Rendern merk ich es dann eh ja ja in der Hand starting backup server may lag for a bit hm warum macht es hier alle 30 Minuten Backup und beim FTB Infinity macht es nur alle 120 vielleicht weil das hier deutlich instabiler ist das kann sein wie wir auch schon oft gemerkt haben das stimmt das stimmt beim Infinity hatte ich jetzt noch gar nicht so hat das bei dir da mal arg erhängt nö ne nö da läuft das eigentlich ganz gut find ich auch na komm na komm na komm eins noch eins noch so tü 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 ah so dann machen wir das hier nämlich so so 2 1 2 ja so müsste das passen dann machen wir hier nämlich noch eine ne 2 ja bei uns läuft es jetzt gerade bei dir bei mir läuft es auch also muss ich sagen ja ich bin doch sehr zufrieden oder auch nicht so das dies und das und jenes das und das warum haben wir das geteilt keine Ahnung gut wir brauchen eins davon dann machen wir jetzt hier nämlich tü tü ah das das können wir da lassen ähm davon machen wir uns auch nochmal so das ist super optimal läuft es läuft bei uns so das nehmen wir mal nicht alles mit das lassen wir da die auch hm hm okay ich wollte eigentlich nicht aber ich glaube wir müssen doch nochmal einiges an Eisen investieren in eine gute Rüstung ich glaube da kommen wir nämlich nicht drum herum weil die ich weiß auch nicht warum mein Hühnchen weg ist mein kleines ne das war so niedlich ey das sah super süß aus so meine Damen und Herren auf geht's ab geht's und tot so oh ne wenn ich das schon höre krieg ich doch schon das kotzen boah warum ist das hier so mega dunkel warte mal was das ist aber auch die beschissenste wo 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 do 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 da dieses wichs-ding äh ich mein dieses doofe doofe ich hab gedacht ob es mal wieder dunkel ist bei mir ist es ziemlich dunkel ich glaub du sitzt wahrscheinlich in der Hütte oder in in einem Gang oder wo auch immer jaja Ja. Genau. Ich ja nicht. Ganz genau. Ich steh vor dein Haus. Hm. Macht nix. Juckt mich nicht. Das juckt mich GAR nicht, denn ich bin nicht zu Hause. Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon! AHHHHH! Du spürst mich schon wieder. Nein. Nein. Aber momentan ist das eine realistische Option, leider. Aber alles cool. Alles gut! Ne, ne, ne. Alles gut. Alles gut. Wir sind cool. Wir sind cool. Wir sind cool. Wir sind cool. Auf jeden Fall. Ne, alles gut. Was läuft bei dir so? Es ist gerade schwummerig. Wie, dir ist schwummerig oder wo du bist ist gerade schwummerig? Meine Figur hier ist schwummerig. Oh, du bist im Blackwater. Ja, ätzend. Tja, da gibt's nen Trick. Ja, nicht reinfallen. Ja. Ganz genau. Oh du, ich bin gerade dermaßen angespannt. Erzähl mal. Ich bin sehr angespannt. So, jetzt hab ich's dir erzählt. Danke. Bitte. Ja, was dachtest du denn? Ich sag, ich bin angespannt. Dann sagst du, erzähl mal. Ja. Ich bin angespannt. Das ist ja auch eine Krise. Oh, was ist das denn? Was haben wir denn hier, meine Damen und Herren? Ich kann's nicht lesen. Ach, das ist der Kack, den wir nicht... Ähm... Okay. Wo kommen wir denn hier hin? Weißt du zufällig, wo es Tim gibt? Ja. Bei mir gerade. Bei Chefe. Am Arsch. Äh... Diese Info hast du dir verspielt. Ist das nicht wie Koppel? Vielleicht. Ich brauch dich nicht. Gut. Dann frag auch nicht. Mach ich auch nicht mehr. Das ist ein Befehl, der nicht mehr vorkommen wird. Na, was hast du denn erwartet? Eine ehrliche, nette Antwort. Hab ich dir gegeben. Bei mir. Ja, nicht auf die Frage, sondern auf die Frage Deutsche Höhe. Pfff. Nö. So. Uuuh. Hier ist es jetzt... wieder mal... ...extremst dunkel. Heidewitzka, ey. Hab schon gefunden. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ich hab mich verirrt. Ach, so ging es mir auch schon. Dann braucht man wieder irgendwo hingänge und dann... ...weiß man nicht mehr wohin. Naja, nicht ganz so. Nicht ganz! Was hab ich denn grad einges... Ah. Nicht ganz so war das jetzt so. Ah! Nein! Die Verirrung ist vorbei. Aber komm, das nehmen wir mal mit. Und das nehmen wir mal mit. Und da oben hab ich doch auch noch was gesehen. Nein! So. Da. Dann wird daraus ein Schuh. So. Oh, 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 oh. Wir sollten hier... ...weg. So. Survived. Wir haben survived. War ja jetzt auch nicht so aufregend. Ja. Hä? Das stimmt. Mhm. Hast du... Weißt du doch gar nicht. Ach so. Das wissen sie doch gar nicht, junger Mann. Weißt du? Weiß ich. So. Wie sieht's hier aus? Jo. Jo. Und... Nö. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt nämlich weiter mit dem... ...Eiren. Boah, brauchen ja Eiren. Ja. Weißt du, eigentlich ist es ja immer bei so Folgen, wo nur jemand farmt, ist ja jetzt auch nicht so wirklich aufregend, ne? So. Aber ich meine, es muss ja gefarmt werden. Wie willst du es sonst machen? Also... Hm? So ist es. So ist es, junger Mann. Ohne farmen... ...kein Tod. Ohne farmen, kein Tod. Genau, denn... Ich meine, die Zuschauer haben ja immerhin die Chance, dass einer von uns stirbt. Immerhin, auch beim Farmen. Ja, ich. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Ja! Ja! Yes! Oh Gott! Hihi, jetzt steht 7 zu 7. Schmeißt du die Maus grad weg? Ne, die ist mir runtergefallen. Erzähl! Erzähl, 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 erzähl! Ich bin beim Spawnern. Was passiert? Was? 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 Was soll schon passiert sein? Was soll schon passiert sein? War ich Team Blau oder Team Grün? Du warst Team Blau. Du warst Team Blau. Du warst Team Blau. Erzähl doch mal! Wie war Black? Was ist denn passiert? Ich wurde halt eben, äh... Ja. Ja? Von einem netten Skelett begrüßt. Waren es explosive Pfeile? Nein, nein, nein. Ich wurde von einem netten Skelett begrüßt. In deiner Bude? Ne, unterwegs. Oh. Ähm... Dann wurde ich... ...noch nettererweise... ...von einem Zombie angegriffen, der hier so infiziert ist. Weißt du? Ja. Dann hatte ich noch ein halbes Herz, hab schnell was gegessen und dann kam noch ein Skelett. Und die Folge müsste auch gleich vorbei sein. Es sind noch dreieinhalb Minuten. Ah ne, ich hab ja zu spät, äh... Ich hab ja zu spät gestartet. Also ich hab die... vergessen die Aufnahme zu starten überhaupt. Habe ich in der nächsten Folge Spawn-Shot? Ja. Juhu. Juhu. Jetzt willst du doch nicht, dass du mich noch nicht einmal getötet hast und ich trotzdem so viel Leben hab wie du. Tja. Ich bin einfach zu risikobereit. Ja, oder wenn du nicht grad jemand... Nein, nein, nein. Soll ich dir erklären, was das ist? Du bist so jemand, der nur auf Leute drauf tritt, wenn sie am Boden liegen und sonst nämlich nix drauf hat. Aha. Es ist doch so. Du hast mich nur gerackt, als ich am Boden lag und sonst nix... Was ist das denn? Beim ersten Mal auch. Beim ersten Mal, als du in meiner Base gekämmt hast, ja, und ein Schaf vorgeschickt hast, ja. Oder eine Kuh? Ich glaub, es war eine Kuh. Genau. Du hast mich hinter so einer Kuh langgeschlichen. Das ist so wie in den alten Winnetou... Oh, ich red grad so laut. Das ist wie in den alten Winnetou-Filmen, wenn die so sich seitlich ans Pferd gehängt haben, um da an den Cowboys vorbeizureiten. Das war einfach nur Stealth-Mode. Du bist auch so ein Stealth-Mode. So. Liebe Freunde... Oh, warte. So sehen wir imposanter aus. So. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war wieder mal sehr, sehr schön und sehr lustig, denn der liebe Black ist jetzt genauso schlecht wie wir von den Leveln her. Von daher sind wieder alle Karten offen. Was sie ja vorher natürlich nicht waren. So. Ach, grad mal gestreckt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir gerne eine kleine Bewertung da. Und es würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, denn wir nehmen Angriff auf Blacks Leben in naher, naher Zukunft. Denn ich hatte schon eine ganz kleine Idee. Wir waren ja heute auch schon nochmal woanders, haben einen kleinen Besuch dort abgestattet. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Oh, armer, deprimierter Black. Tschüss, macht's gut. Ciao.